Willkommen zurück zu Teil 4 und wir werden jetzt die Achterbahn fahren. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ich. Ich auch. Ich will auch Achterbahn fahren, ich will auch Achterbahn fahren, ich will auch Achterbahn fahren. Wow. Huh. Um, this is gonna be a hell of a ride. Sag ich da nur. Okay, jetzt wird wahrscheinlich wieder der Zibbelmann steuern, denke ich mal. Ja, dann geht's mal los, würde ich sagen. Uh, das wird bestimmt spannend. Hallo, lieber Mann mit Hut. Los geht's. Wir müssen über Callum sprechen. Ey. That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Wow. Die Wälder hat ihn jetzt. Sie hat beide von euch. Kein glückliches Ende hier, ich glaube. Nett! Du bist immer so. Okay, lass die Hände wieder weg. Wuhuu! Wow! Au! Oh! Wo ist das? Oh, wir sind. Also in den Gängen. Wenn wir runter fahren. Wo ist das wohl? Krankenhaus! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Wow. Oh! Au! Okay. Okay. Okay, das ist eben gerade das House of Horrors. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt als Letztes hin. Denk ich mal. Oder? Es klappt gerade, glaub ich, nichts mehr. Es gab nur noch das House of Horrors zum Schauen. Oh, wir sind auf der anderen Seite. Na, dann können wir jetzt hier reingehen und gucken, was hier ist. Ah, wieder eine Seite zum Lesen für uns. Aha. Okay, ähm... Ach, jetzt geht's hier hinten rum. Ah! Ach, natürlich. Ist ja klar. Da drüben steigen die Leute ein. Hier steigen sie aus. Ist ja klar. Okay, so. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Und von außen schienen die Bahnen wesentlich länger zu sein. Eine Axt! Eine Axt! Take Flashlight! Und die Axt lassen wir stehen, oder wie? Das ist nicht ein Spiel, Callum! Eine Axt! Und... Panzerband! Und... Eine Taschenlampe. Hm. Da könnte man da bestimmt irgendwas Cooles draus basteln. Und... Und wenn ich ihn versuche, er schlägt und schlägt auf meine Finger. Ich glaube, er möchte mit mir sprechen. Ich glaube, er möchte mit mir erzählen. Sie sehen ihn jeden minuten jeden Tag. Sie schlägt ihn in seinem Sleep, veränder ihn. Sie entfernen meinen Baby von mir. Ich kann ihn retten, und es wird schwer. Aber ich liebe ihn, und im Endeffekt wird er verstehen, warum. Hm, okay, ich will gerade noch mal gucken, was ist denn hier jetzt links und was ist rechts? Also hier rechts ist das eben gerade auch noch interessant aus hier, was da hinten ist. So ein kleiner Aufgang. Hä? Gehen wir doch erstmal gerade daheim. Das interessiert mich doch jetzt gerade. So ein kleiner Ausguck vielleicht. Och. Och Mann. Oh nee, also in der Realität könnte man da ja gar nicht hochkommen. Ah. Würde mich wirklich interessieren. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch hin. Okay, zumindestens war unsere Fahrt doch schon mal ganz schön jetzt hier. Oder? Ja, die war schön. Ja, die war wirklich schön, die Fahrt. Fand ich. Geil, geil gemacht. Wirklich. Aber was das mit dem Sohn jetzt hier auf sich hat, das ist wirklich... Was ist das denn jetzt hier? Okay, was? Slideshow Alley. Okay. Bluffing... Clowns. Hm. Read newspaper. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Wahrscheinlich war sie es jetzt am Schluss oder was oder wie. Das wäre... In's Mouth Academy. Das sind halt alles so Sachen, die mit dem Online-Spiel zu tun haben. Äh. Hä? Das klingt so, als würde dann jemand laufen oder nicht. Oder bin das nur ich. Oh. Was ist das? Einfach so ein Tischchen. Ich finde schon immer, dass so Musik irgendwie unheimlich ist. Oh, wer ist da? Vielleicht ist er ja gar nicht tot. Ich meine, nur weil er am Boden liegt. Das heißt ja noch gar nichts. Aber okay, er sieht leblos aus. Dieser kleine Clowns-Mülleimer hat das getan. Okay, wir können uns anscheinend nicht weiter untersuchen, sondern der Körper bremst uns. Ich will mich nicht weiter rumdrehen. Seht ihr das auch? Nein! Nein! Der nette kleine Hamster. Da steht doch jetzt was drauf, oder? Das stand eben gerade noch nicht da drauf. Okay, was ist das? Tabletten. Ah, wahrscheinlich. Ah! Ich verstehe, wir sind in der Irrenanstalt. Was steht da da unten drauf? Oh, fuck gravity. Oh. Nein zu Graffitis. Nein, in der Leak. Ich kann sie in den Tränen. 1980s. Ja, 1980s. Ja, besser aus than you were 4 Jahre ago. 1980s. Ich glaube nicht, was sie sagen. Wenn du den Bogeyman bist, stop auf der Nose. Okay. Okay. Ah, das spielt doch wirklich alles. Was zur Hölle? Ja, überall fliegen irgendwelche Krankenhaus-Sachen rum. Oh, guck mal! Oh, süß! Ich will nochmal nach hinten und nach dem Opfer gucken. Guck mal, Teddybären. Ganz viele Teddys. Oi 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 oi. okay die teddies auf dem boden was ist das augen ein augenglas mit den berühren können wir den vielleicht einfach auf den typen schleudern und gucken was da jetzt ist mit der leiche die hinten lag recht nee da hat sich nichts geändert schade lalalala an den teddy bern vorbei hier hinter und lang don't touch me newspaper future times ok bei lauren howdy ok alles sehr verwirrend hier gerade wo eine fliegende kiste die fliegt nicht weg ok wie süß er aussieht ok ok also habe ich intuitiv das richtige gemacht denn anscheinend hätte man hier gar nicht vorbeigekonteren boogeyman wo 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 ok schnitte noch mehr schnitte noch mehr schnitte ok wie vor Okay, also wahrscheinlich sind wir direkt danach, nach dem Vorfall. Also das ist jetzt so meine Familie. Also ich vermute mal, das ist jetzt so meine Theorie. Ich will gerade nochmal nach hier vorne rennen. Ich kann dir helfen, Callum. Ja, ab in die Dunkelheit. Oh. Der erste große Ladescreen jetzt hier. So, aber noch mit einem netten Gesicht. Ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt kommt. Wirklich, das wird bestimmt gut. Ah, okay, die Taschenlampe. Die Taschenlampe ist da und an. Okay. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Abonnieren. Nicht vergessen. Monitor streicheln. Und, 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 und. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.